So, Hallihallo ihr Lieben, wir befinden uns in World of Warcraft, Wrath of the Lich King Classic Version 3, 4, 1 Sind hier in der Drachenhöhle, auf Nordend, relativ weit außen, bisschen unter Naxxramas Sind hier bei Tilda Darathan mit der Quest der Ruf des Kreuzzugs Meldet euch bei Kreuzritter Valos in der Lichtwarte in der Drachenhöhle Na dann werden wir da mal hin eilen, die Lichtwarte ist hier oben So, hier ist der Kreuzritter Valos Und jetzt sehen wir mal die Quest ab, kriegen noch 5200 Erfahrungen, Ruf des Kreuzzugs Ja, und dann vielen Dank fürs Zuschauen Schaltet gerne wieder ein, lasst gerne Like und Abo da Und damit bis zum nächsten Mal, tschaui